In diesem Video lernen Sie die Risikostrategien kennen. Ein Computersystem ist unterschiedlichen Bedrohungen ausgesetzt. Beispielsweise durch Hacker, Hardware-Deffekt oder höhere Gewalt, um nur einige zu nennen. Um Abwehrmaßnahmen gegen Risiken zu definieren, gibt es verschiedene Risikostrategien. Eine Risikostrategie ist die Risikofreudig, Risikotragfähig oder Akzeptanz. Gewisse Risiken werden akzeptiert. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Massnahmen teurer wären als der mögliche Schaden. Man geht also bewusst die Risiken ein. Risikoneutral. Einige Sicherheitsmaßnahmen werden getroffen, damit die Gefahren nicht auftreten und wenn sie es tun, die Folgeschäden minimiert werden. Man definiert also gewisse Massnahmen gegen einige Schäden. Andere bleiben aber bewusst offen. Risikovermeidung. Es werden möglichst alle Massnahmen eingeleitet, damit das Risiko so weit wie nur möglich eliminiert wird. Hier noch die Zusammenfassung. Andere button. Hier geht es dringend.